Moin liebes Kollegium, in diesem Video erkläre ich, wie man in der Web-Undes-App die Fehlzeiten dokumentiert. Ich öffne die App mit einem Klick auf das App-Symbol und es erscheint der Stundenplan von meinem Testlehrer ZB Klaruntes. Der sieht immer noch sehr spartanisch aus, das sieht natürlich bei jedem Kollegen dann so aus, wie der normale Stundenplan halt natürlich eingestellt ist. Also von daher nicht wundern, dass hier jetzt nur so ein paar Stunden dargestellt sind. Ich möchte jetzt die Fehlzeiten in meiner Englischstunde am Mittwoch dokumentieren. Ich sehe hier verschiedene Eintragungsmöglichkeiten und an dritter Stelle ist der Punkt Schülerinnen und Schüler. Und wenn ich da draufklicke, dann bekomme ich eine Auflistung aller meiner Schüler, die in dieser Klasse sind. Das sind in unserer Testklasse nur sechs Stück, also auch sehr wenig. Die finden alle hier auf einem, ja, alle gleichmäßig Platz hier sozusagen. Ansonsten müsste man hier natürlich so ein bisschen hin und her scrollen, um alle, ja, Schüler Namen sehen zu können. Am Ende der Liste gibt es einen roten Button, Abwesenheiten kontrolliert. Sollten jetzt alle Schüler da sein, dann muss ich trotzdem noch einmal diesen Button klicken, um sozusagen nachzuweisen, dass ich die Abwesenheiten oder Anwesenheiten kontrolliert habe. Grundsätzlich werden erstmal alle Schüler als Anwesenheit, als Anwesen gelistet. Das heißt, ich muss jetzt nicht bei jedem den Haken setzen, sondern die sind erstmal standardmäßig immer alle da. Davon geht die App aus. Und von daher muss ich sozusagen das auch nochmal trotzdem bestätigen, dass tatsächlich alle da sind. Sollte jetzt einer fehlen, dann kann ich das per Wischgeste hier dokumentieren. Ich habe zum Beispiel Arthur, der heute nicht da ist und mit einem Wisch zur linken Seite öffnet sich an der rechten Seite so ein rotes Feld mit einer Uhr. Und da kann ich jetzt draufklicken und dann wird Arthur abwesend gestellt. Sollte er irgendwann da sein oder sollte ich mich vertan haben, dann kann ich mit der entgegengesetzten Wischbewegung ein grünes Feld auf der anderen Seite mir hineinziehen und mit einem Klick auf den Haken den Schüler auch wieder als anwesend setzen. Das kann ich hier quasi für jeden Schüler durchgängig machen. Eine andere Möglichkeit ist es, wenn man die Fehlzeit ein bisschen genauer erfassen möchte, auf das Uhr-Symbol hinter einem Namen zu klicken. Das mache ich jetzt mal bei Penelope zum Beispiel. Dort kann ich jetzt ganz exakt eintragen, wann hat das Fehlen begonnen, wann hat das vielleicht aufgehört, also hat sie die ganze Stunde gefehlt oder auch nicht. Ich habe auch unten die Möglichkeit, da gibt es die Button von Beginn und bis Ende. Da kann ich also die Uhrzeiten dann entsprechend so setzen, wie das im Stundenplan voreingestellt ist. Und ich kann sogar auch einen Abwesenheitsgrund mit hinzufügen, wenn der mir bekannt ist. Das ist ja normalerweise dann Klassenlehrertätigkeit, dass die Schüler an einen herantreten und sagen, jo, ich habe gefehlt, weil der Betrieb mich gerufen hat oder so. Könnte ich jetzt hier aber auch noch auswählen, wenn ich das möchte. Und wenn ich dann hier sozusagen die Abwesenheit eingetragen habe, klicke ich oben auf den Haken in der Ecke und dementsprechend ist dann die Fehlzeit für Penelope eingetragen. Und auch sie erscheint dann, wenn ich ganz wieder zurückgehe, als abwesend. Also von daher, diese zwei Möglichkeiten habe ich entweder per Wischgeste oder per Klick auf die Uhr, um die Fehlzeit in der App einzutragen. Anschließend sieht man auch, dass oben die Möglichkeit ist, einmal zu sehen, welche Schüler habe ich jetzt alle als abwesend eingehakt und welche habe ich alle als anwesend. Das wäre sozusagen nochmal die Möglichkeit, um sich zu vergewissern, dass man auch alle Schüler erfasst hat. Soviel zu den Fehlzeiten. Ich hoffe, ich konnte damit alle Fragen klären. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Berlin Berlin com Untertitelung des ZDF, 2020